Ja, hi und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von mir. Mittlerweile wahrscheinlich die Nummer 4, würde ich sagen. Und heute haben wir auch einen Gast. Sag mal hallo. Hi. Ich glaube, ich habe auch schon mal mit dir abgenommen. Und jetzt habe ich endlich Skype installieren können. Und ja. Dann... Sieht sie mich eigentlich. Und ja, dann konnte ich ihm nicht mit anderen skypen. Jetzt kann ich das mittlerweile auch. Und ja. Das freut mich jetzt endlich ziemlich. Wollen wir hin? Ich weiß nicht, wo wir hinwollen. Vielleicht zu der Mühle. Ja, das können wir machen. Okay. Ich versuche jetzt hier mit der Maus zu steuern. Das ist immer die dünnste Idee, die ich habe. Dann gebe ich dir direkt rechts zu. Und ich fahre erstmal rein. Super. Wow, wow, wow. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe so nach hinten geschaut gerade. Dann sehe ich nur noch... Dann springe ich im letzten Moment so und fliege einfach mal so viel durch die Gegend. Und ich habe jetzt wieder mein Handy nebenan. Das ist die dümmste Idee, die ich habe. Weil manchmal kriege ich dann so Störungen in die... ins Video und das nervt dann irgendwie so. Ich schmeiße das Handy jetzt einfach mal aufs Bett. Warte. Okay, mach du das. Ich sehe nicht, wo ich es hinschmeißen soll. Ich will nicht, dass es auf dem... Was habe ich denn noch auf dem Pult? Auf dem Bett? Ich glaube, Nintendo liegt auch noch drauf. Und ich möchte mein Handy ungern auf den Nintendo draufschmeißen. Ich schmeiße es einfach. Dann schmeißt du doch einfach aufs Bett drauf. Ja, das mache ich ihm gerade, aber... Ich werfe jetzt einfach. Okay. Weil es ist gerade extrem dunkel in meinem Zimmer, weil... Ich habe... Ich sehe so gut wie gar nichts vielleicht. Oder ja, ich sehe nichts. Du bist irgendwie schneller wie ich. Wieso? Gar nicht. Und jetzt bist du wieder schneller. Ich bleib stehen. Ich bin nicht schneller, wenn ich stehen bleib. Ich weiß. Wieso sind da eigentlich noch... Ähm, Christbaumkugeln am Mühlenrad. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen wir die noch für Mittwoch für den Christ. Keine Ahnung. Kann es sein. Haben wir da nicht die Weißen dran? Ja, vielleicht weil jetzt Weihnachten vorbei ist, dass die jetzt wieder die Rosen dran gemacht haben. Für den Sommer als Tulpen. Was weiß ich nicht. Star Stable und seine Ideen. Genau. Ja, ich finde es auch doof, dass sie den Schnee schon weggemacht haben, weil, ja... Für mich ist es immer noch Winter, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, nur was ich noch geil finden würde, ist, wenn das Spiel die Pferde hinlegen, der es so fühlend ist. Oh ja, oder ich hätte so gerne einen Damen-Sattel, also, weil man mit beiden Beinen auf einer Seite ist. Ja, der wäre auch noch cool. Ich habe dir auch schon mal geschrieben, ob sie Steierhorten für das Spiel bringen können, aber die haben mir immer noch nicht geantwortet. Ich habe denen auch eine Frage geschickt. Nein, ich will das denn nicht machen. Ja, das habe ich schon hinter mir. Deswegen ist mein Andu jetzt noch Level 8. Wieso? Klickt sie immer auf den drauf? Ich klick da gar nicht hin. Ich habe nie Bock, mein Andu zu trainieren, aber wenn ich dann Championate mache, will ich immer, dass er voll trainiert ist. Jetzt glaube ich, mir ist erst mal meine Brille abgenervt. Sie ist alles nur noch blau. Ist alles blau? Ja, weil ich so eine blaue... So eine dunkelblaue Sonnenbrille habe. Wo die Gläser dunkleblau sind. Dann siehst du alles blau? Ja. Okay. Also ich freue mich. Aber es ist schon schön, wenn der Schnee weg ist. Aber es ist auch schön, wenn der Schnee da ist. Ja, aber ein bisschen mehr Schnee vor allen Dingen. Weil es war ja gerade nur mal, ähm, die Bodenbedeckung. Ja. Aber es war trotzdem schön. Ja. Was noch cool zu wissen wäre, wenn man sowas wie Schneeballschlacht hätte machen können oder Schneemann bauen oder sowas. Ja. Aber ganz ehrlich, in Golden Hills hätten sie ruhig auch mal schneiden lassen können. War da kein Schnee? Nein. Nur die Büsche, die da waren. Die waren schneehaft. Okay. Sonst war alles so, wie es ist normal. Ich hoffe, dass ich die Karte wieder... Ich kann gerne später mal ein Foto hochladen, wo mein Andu mit mir in Golden Hills steht. Okay. Hast du mal einen Blick drüber? Ja. Aber wenn ich kann... Ich habe gerade nicht so viele Quests und deswegen kann ich nicht, ähm, XP leveln und das heißt, ich komme nicht so schnell nach Golden Hills. Aber sobald du in Golden Hills bist, bist du wahrscheinlich in zwei Tagen schon in der Hälfte von Level 13. Okay. Es geht daher aber schnell. Und am Ende 13 kriegt man den Angelschein. Okay. Wie gesagt, ich kann schon angeln. Ist aber langweilig. Okay. Ich habe auch schon mal geangelt. Also im Spiel. In echt würde ich niemals angeln. In echt niemals. Das ist zu langweilig. Außer wenn man Musik hat. Dann würde es vielleicht noch gehen. Ich habe einen Bus für die Schule in der Musik. Ich habe meinen Ton ganz ausgestellt, aber es tut immer noch das Stampen nachmachen. Okay. Ich fände es wieder mal cool, wenn sie die Karte vergrößen würden. Also wenn man zum Beispiel in die Erntfeldprovinz weiterkäme oder sowas. Oder wenn diese Geschichte mit, ich bin gerade gegen einen Stein gelaufen, weil ich auf die Karte geschaut habe. Aber der Pferd tut es irgendwie nie weh. Aber der Pferd tut es irgendwie nie weh. Oh, der Stein ist ganz traurig. Ich fände es auch cool, wenn die Geschichte mit Justin endlich weitergehen würde. Also da war doch nie dieser junge Justin und hast ihn nie weggefahren mit dem Schiff oder sowas. Ja, da war ich auch noch nicht. Obwohl man das eigentlich mit Level 13 machen kann, aber... Aber es geht weiter mit einem gewissen Level. Was? Es geht jetzt erst weiter mit einem gewissen Level. Ja, ich glaube erst ab 13 oder 14. Okay. Ich dachte, das müssen sie dann irgendwie... Warte auf mich! Ich bin... Ich bin nicht schnell unterwegs. Wir sind irgendwie gleich schnell, wenn wir beide trauen. Jetzt nicht mehr! Ey! Ich sollte nicht so lachen. Ich glaube, das klingt sonst irgendwie... Wo wollen wir eigentlich hin? Ich würde gerne nach Apfelhain. Ah, genau. Lauf mit allem. Du musst einmal durch den Tor reiten. Warum auch nicht? Macht bestimmt Spaß. Ja, Andu. Ich schaue einfach die ganze Zeit... Ich schaue einfach die ganze Zeit nach hinten. Ich schaue einfach die ganze Zeit. Warum machst du das? Ich müsste jetzt auch mal so aufnehmen. Aber ich kann nur immer eine halbe Minute... Ich will immer sagen, eine halbe Stunde. Ich kann halt nur eine halbe Minute aufnehmen. Oder bist du gerade im Boden versunken? Okay. Das war herbelustig. Einmal auf dich greif. Hier lauf. Ey, spring in die Höhe. Ich geh mal in den Boden rein. Wo bist du? Da. Ich wollte jetzt erst sagen, will ich dich schon wieder nicht, oder was? Das hab ich ja schon wieder angerichtet. Ich kann nicht mehr steunen. Doch, ich kann auch steunen. Wieso? Das Pferd bewegt sich nicht. Hör auf, Pferd! Ah, jetzt. Wo bist du? Da! Bleib doch voll. Jetzt lauf mir aber durch da in drei herum. So, jetzt haben wir uns gehört. Ist da nicht ein Baum drin? Nein, ist der König der Pferde, ja? Ich. Nicht. Huh. Ja. Meiner ist ein Hengst. Also, ich tippe mal, dass es ein Hengst ist. Und Meiner will irgendwie da nicht runterflumpsen. Yay! Er hat's hingekriegt. Okay. Warum bist du eigentlich nicht in der Gruppe drin? Da kommt noch eine andere, oder ein anderer, ja. Anderer Friso. Vielleicht ist das Laila. Oh, du! Ich erse dich! Was? Wahrscheinlich wenn du, wenn die beiden uns da oben sehen, denken die, was machen die denn da? Haha. So, ich frag dich jetzt erstmal nach Gruppe. So. Hey, jetzt weiß aber wo du bist. Haha. Ich werde vielleicht mal wieder zu schnell weggehen. Wieder zu schnell weggehen. Na warte, ich geh da schon weg. Haha. Ich werde jetzt einfach mal weg. Haha. So gemein. Da willst du nicht weit kommen. Aber er will nämlich genau so schnell ist. Das sagst du so leicht, ne? Haha. Das ist eigentlich schon ganz einfach. Haha. Nur noch ein Klick und ich werde ganz, ganz weit weg. Und ich bin in einen Baum gerannt. Ja, ich auch. Und ich werde fast nur in den Baum gerannt. Aber ich konnte mich noch essen. So, jetzt renne ich noch von dir weg. Ich renne auch von dir weg. Haha. Und ich renne in den Baum rein. Weil ich nach hinten schaue. Wo bist du? Ich bin ganz, ganz weit weg. Und wir sind schon bei zwölf Minuten. Okay. Okay. Äh, ich will, ich will bei dir sein. Nur du bist angeblich zu schnell. Was für ein Level hat dein Pferd? Acht. Dein Pferd sollte viel... Oh, die Fanny ist online. Ich muss kurz der Fanny. Hallo dann. Okay. Aua. Und ich kann erstmal vor uns sagen. Ich gucke auf meine polnische Freundin alles. Aus Bollen. Yes. Ey, warte aufs Bild. Haha. Das ist so... Warte, ich bleib stehen. Ich will ein Video sein. Geht doch. Mann, 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 Mann. Haha. Woher hast du das Make-up? Dass du glaubst... Aus Bollen, hilf. Das will ich auch haben. Kann ich dir zeigen, wo du es herkriest. Ich will es jetzt haben. Genau jetzt. Wir können sonst... Wir können sonst im Anschluss... Hä? Das heißt, was ich dran habe, zwischen Golden Hills geschenkt. Echt? Ja. Okay. Halt mal an, die da draußen. Falls ihr Fragen habt, wo kriege ich das halt daher. Aus Golden Hills. Ihr kriegt es mit 13 geschenkt. Okay. Wir sind jetzt bei... ähm... 13... Minuten. Das heißt, ich kann noch eine Minute machen etwa. Und ich darf nicht länger... Und ich bin grad Level 13. Hä? Und ich bin grad Level 13. Ja. Ich bin Level 12 und... So ein Fünftel oder sowas. Ich weiß nicht. Eins... Zwei... Drei... Vier... Und ein Viertel. Sag einfach Anfang, Mitte oder Ende 12. Äh... Anfang. So... Ja. Also eher so... Anfang... Also Mitte des Anfangs. Schau dir einfach das Video dann an, dann siehst du, wo ich bin. Genau. Hier. Man sieht's. Man sieht's gut. Ähm... Wir können sonst im Anschluss nochmal aufnehmen... nochmal eine Folge aufnehmen, dann hab ich... vorprotiziert. Ja. Und dann lad ich... wahrscheinlich... das gleich noch... dann noch hoch gleich. Und jetzt dreh dich deine Füsenstute erst mal. Habe ich auch auf Facebook geschickt. Heißt du, Friesenstute ever? Ich hatte so ein Bild von dir, wo deine Friesenstute brennt. Okay. Ja. Ich muss jetzt die Folge beenden, ähm... weil... Ja. Wir nehmen den Anschluss gleich nochmal eine auf und dann sag ich einfach mal... Bis dann. Ciao.